Hallo, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Dieses Spiel hat die liebe Perida ausgesucht und mir geschenkt. Und wenn man was geschenkt bekommt, dann muss man auch damit spielen. Ich habe es schon mal angetestet, weil mich dieses Flackern irritiert. Es ist in der Aufnahme aber nicht im Spiel, aber es hört gleich auf. Ich wollte einfach nur in Großaufnahme sagen, es tut mir jetzt schon leid. Gut, dann gehe ich mal in meine Ecke. Wir spielen Flopper The Dark Forest. Es ist quasi Slenderman, nur ohne Slenderman. Ich, ja, ich zeige es euch einfach. Okay? Es ist Slenderman nur mit dem hier. Oder dem hier. Oder dem hier. Oder dem hier. Oder dem. Oder dem. Oder den beiden hier. Flacker, flacker, flacker. Ich hoffe es dann auf zu flackern. Vielleicht flackert es ja hinterher in der Aufnahme nicht, aber ich sehe im Streamlabs es flackern. Ich werde den hier nehmen, weil der, äh, hier der Mietze Katze Rocky am nächsten kommt. Und wir nehmen das. Es ist verdammt laut. Bisschen leiser. Also, wie Slenderman? Nur mit Katzen. Hey, ich kann springen. Ja, Peri, super spiel. Ich kann springen. Ja. Also, wir müssen Lotizen oder Zettelchen, irgendwie sowas finden. Kann ich fliechen? Muss ich eigentlich auch nicht, ne? Was ist da unten? Das ist nur eine Leiste. E. E. Okay. Es ist doch echt kalt, wenn ich das sehe hier. Ist eigentlich nicht mehr warm, aber... Ist das die Leiste, wann... ... die Slenderman Kat kommt? So an sich. Sieht ja... Sieht es ja nicht schlecht aus, wollte ich sagen. Hallo. Hallo. Oh. Hä? Ach so, ich habe Rocky als Slenderman Kat ausgesucht dann. Ja, okay. Ich dachte, wir wären uns. No, no. Ach so, ich bin wieder... Oh, ich habe wieder mein Zettel verloren. Oh, no. Hat er mich so krank. Oh, 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 oh. Ja. Ist das sehr süß? Läuft er mir hinterher? Läuft er mir hinterher? Ja. Irgendwas sitzen sie da. Und da war auch irgendwas, oder? Da ist Feuer. Ja. Ich gucke einfach nicht so dahin. Äh, okay. 3-1-8, 3-1-8. Ist das meine Rennleiste da unten? Ja. Da. Gut, ich werde es ja sehen, wenn er aufhört zu rennen. Okay. Oh, dabei. Oh, nein! Nein! Weil ich da jetzt eine Sekunde hingeguckt habe. So. So. Ist ja eh nur hoch. Ja, genau so ist das, wenn... Huch, da ist das Spiel... Doch, geht's? Na? Nehmen wir jetzt mal den. Und wir nehmen mal tagsüber. Genau so sieht Occi aus, wenn er... Wenn man auf der Couch einschläft und er macht einen... Das ist aber... Das Tief hier ist schon direkt am Anfang. Jetzt ist da unten keine Leiste. Okay, das Blick hier... Ist das die Schwierigkeitsstufe vielleicht gewesen? Also nicht die Leiste, sondern... Dann fangen die... Level aus. Na, komm mal. Ich habe wieder einen Ohrwurm. Von einem Lied, was gerade erst raus ist. Aber ich habe vergessen, wie der Kerl hieß. Ich habe es tatsächlich auf TikTok gesehen. Und ich kann den Text auch nicht so ganz. Und ich kann die Melodie auch nicht so ganz. Aber so ein bisschen. Und das ist in meinem Kopf. Sodass er euch nicht vorsingen kann. Ich glaube... Ich glaube Livingston oder so heißt der... Ich nehme mal Kerl. Oh, das ist echt... Cool, das Ding. Ah! So guckt Rocky, wenn er Brechis kriegt. Hier. Nein. Ich sehe da eins. Und ich glaube ich sehe links noch eins. Nein. Das kann sicher sein. Oh, komm mal da hinten ist auch noch einer. Also ich sehe quasi drei Stück. Wo, 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 wo … Nein. Nö! Nö! Sag mal! Oh. Nö! Nimm! Nö! Nein! 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 Alter! Alter! Sag mal! Uah! Das wird ja mal heftiger! Wie soll ich denn das mangeln? Geht das? Geht das? das geht glaube ich gut ich muss aber mal runter das klappt das klappt das flacke 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 das erste vielleicht sind es ja schwierigkeit stufen doch mal jetzt schon nein da ganz hinten links oder ja das auch als immer erst dahin und dann nach links aber die musik geht so bedrohlich der rechts ist auch als ob man kann ich nicht gucken wo ist denn das andere gewitter ich kann auch einfach so tun als würde ich nach da gucken da hinten ist mein gott das aber weit wo war es ist das dahin ich bin mir nicht ganz sicher darf ich auf wegen schneller das spiel so schlau ist da ist auch einer es ich glaube der links ist näher ich habe kurz abgelenkt weil ich gedacht da was ist das was so unter meinen haaren flackert aber das ist von der kamera der äußere rahmen wuselkatz nimmt nimmt ich habe gedrückt ich weiß jetzt nicht mehr wohin ich weiß nicht wohin ich weiß jetzt nicht mehr wohin ich weiß nicht wohin ich sag mal genau drei stück nr mal da pass mal weiter nein nein das ist das ende der map nein nein oh gott ist ja nein oh gott da war ich in der dicken katze drin da hinten ist was wo war dahinten habe ich noch richtig ich glaube ja scheiße wo ist dahinten gewesen da ist dahinten da ist es richtung mond richtung und wir orientieren uns am mond richtung mond war es richtig ist es nicht mehr richtung mond wir können sich am mond orientieren doch gott diese katze was zur hölle hast du mir hier ausgesucht wo war denn das jetzt wo ich hinlaufen wollte dahin da 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 ist jetzt zwei stück ich glaube ich sehe die letzten drei glaube ich da 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 oder auch nicht ich oh gott nein 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 lass mich oh gott da sind zwei ich sehe es ich glaube da sind zwei das aber noch zwei du hast mich in Ruhe da da war doch noch ein zweiter eben Hä? Da ist einer hinter der Katze. Da ist auch irgendwie was. Das da. Das da und... Also eventuell. Ich lauf mal zu dem da, weil den seh ich besser. Warum wirkt das? Klingt das jetzt? Da ist es auch getrohlicher als vorher. Der letzte. Um Gottes Willen. Was heißt das da oben mit meiner Tasche und meinem Akku? Muss ich danach noch irgendwo hin? War es bei Slenderman so? Oh Gott. Oh, Fotos are collected. Wie jetzt? Das war's. Mehr nicht. Mehr kriege ich nicht gesagt. Back to Menü. Geht nicht. Mit geht auch nicht. Das funktioniert ja richtig gut. Dann nochmal neu starten. Ob der das jetzt irgendwie vermerkt hat? Ja, der... Der ging... Ne, ich dachte, er hakt dem vielleicht ab. Okay, wir probieren nochmal den Mittleren. Und mein kleiner Finger ist schon ein bisschen verkrampft vom Rennen. Nein. Eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn er zumindest jetzt der erste Level abgehackt wäre. Da ist Rocky. Wollte ich zu laut sagen, er schlägt dran vor meiner Tür. So tat er zumindest vorhin. Sonst schreit er nachher wieder. Ja. So, die ersten drei ist okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof hier. Also hier, bei uns ist ein Friedhof, der erinnert mich zumindest. Hier so dran. Fehlt jetzt auch so die Gräber rein. Könnte wirklich einer sein. Na. Da ist die fette Katze. Bei vier fängt sie an, ne? Ja, zu nerven. Nerv. Wo? In Orange sieht man die nicht so gut hier, ne? Nerv. 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 Lass mich... Ich hüpfe davon. Nein, ich hüpfe an dir vorbei. Du interessierst mich überhaupt nicht. Nope. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich verstehe gar nicht. Die waren vorher... Äh, jetzt sagen ich es einfach, Hä? Die Schwarze war aggressiver. Vielleicht hab ich sie auch noch nicht so richtig gesehen und oft da angeguckt. die ist einfach so ein bisschen nerviger okay ich hab's doch du bist ich bin gespannt ob die jetzt irgendwie schwieriger ist ja danke kannst du bitte da weg ist bitte da weg ich muss dahin ich muss dahin darf ich dich hier angucken ich darf sie vielleicht einfach nur nicht berühren das ist so ungefähr das Lied was ich im Kopf hab aber aber doch okay okay also wenn sie macht dann darf ich sie nicht angucken so einmal versuchen wir noch wenn sie aber süß irgendwo rumsteht dann schon was ja okay noch mal ja dann lassen wir halt die nerfkarte hier ich trage mal einen schluck von mein smoothie mit dem ich energy pulver gerührt habe gesundes energy pulver mit vitaminen aber ich wollte sagen aber auf geputzte zähne nicht ganz so geil aber geht ich habe noch nicht mal angefangen okay wenn sie eh macht auf gar keinen fall hingucken mein kleiner finger da haben wir wieder rocki kann auch so gucken aber ihm fehlt hat so ein fleck im auge jetzt sehe ich überall diese blöden zettel gehe ich denn zuerst hin du machst kein geräusch du machst kein geräusch ja 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 ich guck doch weg mensch so wo war der nächste hier oh gott ich wollte gerade noch sagen da waren glühwürmchen ob ich das safe bin aber ich sehe dir nicht mein kleiner finger fällt ab so 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 langsam kriege ich ein bisschen orientierung aber nur ein bisschen das gesagt habe das ja ja dreimal weggedreht und keine ahnung mehr wo ich bin so okay liebe peri ich mache mich mal größer damit sie nicht ganz so flackert hier falls es flackert danke danke für dein wundervolles geschenk es hat sehr viel spaß gemacht das zu spielen ähm vielleicht spielst du es auch mal es ist wunderbar es ist ganz ganz toll wirklich ja ja ähm ich hoffe es hat euch spaß gemacht mit der slender cat beziehungsweise floppa the dark forest ich weiß nicht wer da was floppa ist ob wir floppa waren oder die möchte gern katzen ja danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss